Liebe Genossinnen und Genossen, ich schicke euch viele liebe sonnige Grüße aus Berlin und gratuliere dem Ortsverein Attenhorn zum 125-jährigen Bestehen und damit gratuliere ich mir natürlich auch selber. Mutige Männer und später auch mutige Frauen haben die SPD vor 125 Jahren gegründet und wir sind nach wie vor stark in Attenhorn. Wir stellen die stärkste Fraktion, haben über Jahrzehnte den Bürgermeister mit Alfons Stumpf gestellt und wir freuen uns, dass Christian Postbeschiel jetzt weiterhin als Bürgermeister die Geschicke der Hansestadt Attenhorn lenkt. Ich bin stolz darauf, dass ich die zweite Bundestagsabgeordnete aus Attenhorn bin für den Kreis Olpe und eure Interessen hier in Berlin vertreten darf. Ich wünsche uns für die nächste Zeit viel Erfolg, Gesundheit und für die nächsten 125 Jahre weiterhin eine starke Sozialdemokratie im Sauerland. Glück auf!